Der Korn Sag jetzt irgendwas Intelligentes, damit er dich verfolgen nimmt. Manchmal klebt mein Sack an meinen Innenschenkeln, weil ich nichts unter dem Rock anhabe. Ach, verdammt! Echt? Deiner auch? Im Jahr. Also nun, schon verrückt, dass wir zwei hier auf dem Schiff die Insel verlassen, oder? Lenk jetzt nicht vom Thema ab! Nun, ich glaube, das war unsere erste und letzte Unterhaltung. Äh, tschüss! Hm, schade.